Thema Intra-Workout. Das sind Supplements, die speziell für während des Trainings konzipiert werden, um da wirklich maximal gut performen zu können. Wie die Produkte allerdings im Detail aussehen, was sie eher gut machen und was eher nicht so, das finden wir jetzt in meinem Vergleich heraus. Fangen wir das Video am besten mal mit einer Definition an. Was verstehe ich also unter einem Intra-Workout-Supplement und worin liegen die Unterschiede zu einem klassischen EHA-Pulver? Tatsächlich ist nämlich der Übergang dieser beiden Produktkategorien sehr fließend, weil Intra-Workout-Supplements fast immer auch noch eine EAA-Komponente mit aufweisen und EAAs ja eigentlich auch als Intra-Workout-Supplement durchgehen können. Wenn ich jetzt allerdings von Intra-Workouts spreche, dann spreche ich von Produkten, die quasi das Konzept eines EAA-Pulvers nochmal um weitere Komponenten erweitern. Also eine weiterentwickelte Form eines EAA-Pulvers. Man erweitert also aus Sicht des Herstellers die Fragestellung von wie kann ich möglichst effizient die Muskel-Protein-Synthese anregen zu was kann man tun, damit der Anwender möglichst viel Leistung in seinem Training erbringen kann. Wenn wir uns nämlich diese Frage stellen, dann sprechen wir nicht mehr nur von Aminosäuren alleine, sondern können die Zutatenliste fast schon beliebig erweitern. Hauptsache es steigert eben die Performance im Training. In dieser Tabelle hier habe ich versucht, von diversen Herstellern die Zutaten der Intra-Workout-Produkte in Kategorien zusammenzufassen. Oben in der ersten Zeile seht ihr dann immer, um welches Produkt es sich genau handelt und direkt darunter habe ich dann immer auch noch den Preis sowie die Anzahl an Portionen inklusive der jeweiligen Portionsgröße. Preis vor Rabatt ist jetzt natürlich nicht optimal, weil das bei jedem Hersteller immer etwas anderes bedeutet. Aber anders lässt sich das leider nicht so richtig lösen und ich fand die Information für den Gesamtkontext dieses Videos auch einfach wichtig. Ich verlinke euch aber gerne jedes Produkt unten in der Beschreibung, damit ihr auch den aktuellen Preis immer selbst aufrufen könnt. Das außer Acht gelassen fällt uns jetzt direkt in der dritten Zeile auf, dass man bei Peak und bei Bodylab24 in einer Dose nicht nur 20, sondern sogar 30 Portionen bekommt. Und das obwohl hier weder die Portionsgröße deutlich geringer ausfällt als bei den anderen, eher im Gegenteil sogar, und auch der Preis, hier eben vor Rabatt, nicht sonderlich stark von den anderen abweicht. Bulk bieten zwar auch mit 25 Portionen etwas mehr, die Portionsgröße fällt hier aber bedeutend kleiner aus. Behalte das für die Betrachtung also einfach mal im Hinterkopf. Kommen wir aber nun zur ersten Kategorie und damit zu den Kohlenhydraten. Die sind für mich mit den EAAs fast mit die wichtigste Komponente in so einem Produkt. Allerdings hat da nicht jeder Bedarf dafür. Deswegen ergibt diese Komponente für dich auch nur Sinn, wenn du in eines der folgenden drei Szenarien fällst. Erstens, du gehst mit einem relativ nüchternen Magen ins Training, beispielsweise morgens oder nach der Schule bzw. Arbeit. Hast also weder Zeit noch Bock, dir ein vernünftiges Pre-Workout-Meal zuzubereiten. Zweitens, du trainierst verhältnismäßig lange. Wir sprechen da von Einheiten, um die anderthalb Stunden oder länger. Oder drittens, du bist Ausdauersportler. Auch da werden nämlich die Kohlenhydrate zu einem extrem wichtigen Faktor, einfach um den Körper während des Trainings mit Energie zu versorgen, um länger auf hohem Niveau leistungsfähig zu sein. In meiner Tabelle hier könnt ihr sehen, dass nicht jedes Incha-Workout-Produkt per se auch Kohlenhydrate aufweist. Falls doch, dann geschieht das meistens in Form von Cluster Dextrin, einem leicht und langsam verdaulichen Kohlenhydrat, das euch langanhaltend mit Energie versorgt, ohne dabei für einen krassen Insulinausstoß zu sorgen. In eine ähnliche Kategorie fällt übrigens auch das Isomaltolose auf Seiten von HPN. Bei Peak anteilig und bei Bulk ausschließlich kommt dann aber auch noch Maltodextrin zum Einsatz, was wiederum genau gegenteilig wirkt. Der Stoff gibt also seine Energie sehr schnell frei und sorgt auch noch für einen hohen Insulinausstoß und ähnliches gilt dann auch noch für die Deribose bei HPN. Diese Art von Kohlenhydraten, die geben uns also einen kurzfristigen Energiekick, der aber halt nicht von Dauer ist. Das Maltodextrin alleine ist deshalb auch in meinen Augen einfach das Thema verfehlt. Ich bin mir aber bei Bulk auch nicht sicher, ob jetzt das Maltodextrin da drin, was ja mit 3 Gramm echt nicht hochdosiert ist, wirklich als Carbquelle gedacht war oder nicht vielleicht doch als Trägerstoff für irgendwelche Aromen oder sowas. Wertend lässt sich hier sagen, dass es neben einem zu wenig, worunter auf jeden Fall Bulk und eventuell auch MyProtein fallen würden, es auch ein zu viel geben kann, weil der Körper a. nur eine begrenzte Menge an Kohlenhydraten im Training verstoffwechseln kann und b. zu viele Carbs auch auf den Magen schlagen können. Für ein typisches Krafttraining wären für mich 30 Gramm so die absolute Obergrenze, was damit auch bedeutet, dass das GN-Produkt eigentlich schon so viel des Guten bietet. Ist natürlich eine Komponente, die jetzt stark vom Anwender abhängig ist, aber für diesen typischen Kraftsportler wäre es in meinen Augen eigentlich zu viel. Die zweite Kategorie wäre dann das Eiweiß. Da geht es logischerweise vor allem darum, dem Körper die Bausteine zu geben, die er einerseits für den Muskelaufbau benötigt, andererseits aber natürlich auch im Training verbrennt, wo dann auch eine gewisse Antikatabole, also muskelschützende Komponente, mit ins Spiel kommt. Das passiert, wie ihr anhand der Tabelle erkennen könnt, meist in Form der leicht verdaulichen EAAs und ob die jeweilige Formel dann die, meiner Meinung nach, neunte essentielle Aminosäurehistidin mit enthält, habe ich noch mit dazu geschrieben. Mit ungefähr 10 Gramm sind die Hersteller hier fast durchgehend sehr solide aufgestellt. Durchgefallen wären für mich hier aber erneut Bulk, die halt nur BCAAs und etwas Glutamin im Pulver haben, was halt nicht ausreicht, um daraus wirklich Muskeln aufbauen zu können, und auch MyProtein. Die 3 Gramm Milchprotein hier als Ergänzung zu den BCAAs, die finde ich nämlich einfach zu wenig. Zudem ist die Verdaulichkeit von klassischen Milchproteinen einfach verbesserungswürdig. Anders ist das allerdings beim Caseinhydrolysat von Bigzone der Fall, weil das ist, trotz seines Namens und der Tatsache, dass es sich hier um ein vollständiges Protein mit allen Aminosäuren handelt, ebenfalls leicht verdaulich, und geht für mich damit als Gesamtprodukt gesehen fast schon als Diet-Intra-Workout durch, weil man sich hier ja die Kohlenhydrate komplett gespart hatte. Next sind dann die Elektrolyte, und da geht es natürlich vor allem darum, einen Mangel vorzubeugen und die Hydration oben zu halten, weil sich ein Einbruch da einfach sehr stark auf die Leistungsfähigkeit auswirken würde. Entsprechend ist das für mich in so einem Produkt definitiv nochmal ein bisschen mehr als nur ein Nice-to-have-Feature, worunter dann die ganzen Besonderheiten, die darunter stehen, fallen würden. Zugeführt werden einem hier die Elektrolyte entweder in Form von Kokosnusswasserpulver, das eben besonders reich an Kalium, Magnesium und Natrium ist, oder die Hersteller dosieren einfach die Mineralien direkt mit ins Pulver. Wertend wurde ich vor allem dann, wenn mir anorganische Zutaten wie Magnesiumoxid ins Auge gestochen sind. Deswegen habe ich da dann auch immer ein niedrige Qualität in Klammern mit dahinter geschrieben. Bis dahin waren das jetzt eigentlich alles Zutaten, die ich in einem In-Show-Workout mehr oder weniger als essentiell ansehe. Alles, was da jetzt noch zusätzlich mit drin ist, fällt entweder in die Kategorie Nice-to-have oder auch einfach unnötig. Unnötig wären für mich beispielsweise Vitamine, wie bei MyProtein oder Bodylab, weil ich da einfach keinen wirklichen Bezug zu einer Performance-Steigerung im Training erkennen kann. Nice-to-have sind aber definitiv dann so Zutaten wie Citrullinmalat oder Arginin, um die Durchblutung während des Trainings zu verbessern, oder auch das Creatinol-Ophosphat, das zumindest basierend auf vielen Erfahrungsberichten, im Gegensatz zu Creatin eine sofortige Performance-Steigerung versprechen würde. Wirklich umfangreich sind diese Besonderheiten vor allem bei HPN und bei ZEG+, weswegen ich da nochmal etwas konkreter drauf eingehen möchte. Bei HPN versucht man durch diese Zutaten vor allem den Laktatabbau zu unterstützen, aber auch schon die Regeneration zu fördern. Zutaten wie Cordyceps Militaris, der sich positiv auf unseren VO2max auswirkt, L-Carnitin, positiv für die Regeneration, oder auch das Ashwagandha, beispielsweise gut für den Stressabbau, entfalten ihre Wirkung aber erst bei Dauereinnahme. Das volle Potenzial von diesem Intra holt man also der Theorie nach erst dann raus, wenn man das Ganze wirklich bei jedem Training einsetzt, und selbst dann sind die Dosierungen dann doch eher am unteren Limit angesetzt. Bei ZEG+, sticht mir dann vor allem noch das Beta-Alanin ins Auge, weil das die Zutat ist, die dieses Kribbeln verursacht, und damit ja auch viele ein Problem mit haben. Ist mit Creatin dann auch erneut eine Zutat, die erst bei Dauereinnahme, und vor allem auch erst bei höheren Dosierungen als hier enthalten, das volle Potenzial ausschöpft, weswegen ich diese Komponenten fast schon eher in die Kategorie unnötig einstufen würde. Zudem finde ich die Verbindung des Beta-Ins, das hier zum Drücken des Homozysteinspiegels mit drin ist, eher suboptimal, weil die unter gewissen Umständen auch Magenkrämpfe herbeirufen kann. Dafür ist allerdings auch mit Arginin und Zitrullin für die Durchblutung, oder dem Creatinol-O-Phosphat einiges aus der Kategorie Nice-to-have mit dabei. So, aber mehr habe ich zu diesem Thema erstmal nicht zu sagen. Ich denke aber, dass ihr jetzt zumindest mal besser in der Lage seid einzuschätzen, welches der Produkte am besten zu euch passt.